Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Winter Rap. Und heute werden wir uns weiterhin diesem Büro hier widmen. Und zwar wird erstmal mein Hintergrund erstellt, wobei erstmal der Schreibtisch. Ich glaube, das wird so breit, drei breit. Wir müssen ein bisschen, ja, die Größe dieses Raumes quasi komplett einnehmen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie weit könnt ihr eigentlich gucken? Krass. Also ich sehe auf meinem Bildschirm, sehe ich die Tür. Ich habe ja seit gestern einen neuen Bildschirm. Das hier ist eine Testaufnahme. Ihr seht die Map auch nicht, was ich auch gar nicht mal so schlimm finde, was ich auch eigentlich ganz gut finde. Die ist für mich rechts an der Seite. Ihr könnt sie aber nicht sehen, weil ich habe so, so ein Bildschirm. Also ihr könnt meine Hände nicht mal sehen, so groß ist der. Ich freue mich voll. Und guck mal, da geht die Sonne und unser Büro runter. Ich wüsste zwar nicht wo, aber gut. So, wir brauchen dafür schwarz. Hallo? Oh. Ihr könnt gar nicht alles sehen hier. Oh, ist das cool. Ich kann einfach mal alles sehen. Okay, ihr nicht. Aber gut, das ist jetzt auch nicht wichtig. Wir werden noch die Fehler herausfinden, die entstehen können bei dem Ganzen. Aber wir brauchen auf jeden Fall unseren schwarzen Beton, glaube ich, oder? Oder was mit, naja, Beton. Was gibt es denn noch so alles für schwarz? Ich gebe mal hier ein. Schwarz. Äh, Wolle. Schwarze Keramik. Ja, hier macht man schwarze Keramik. Mit Keramik. Okay, wie kriege ich Keramik hin? Indem ich Ton brenne. Alles klar. Die Frage ist, hm. Ich könnte quasi den Tisch aus Keramik machen. Wobei der Ständer sollte aus irgendwas anderem sein. Wie zum Beispiel Beton. So, ihr könnt bis hier hingucken, ne? Hehehe. Ist das crazy, ey. Ich steh drauf. So, okay. Keramik. Ja, wie kommen wir an Keramik? Wir brauchen Ton. Wir brauchen also Ton. Und Ton gibt es zuhauf in Wasser. Das heißt, wir legen einfach mal alles ab. Was wir hier so haben. Ich habe zum Glück genug Truhen hergestellt. Zack, zack. Das Essen behalte ich mal. Das behalte ich. Das behalten wir. Wir brauchen eine Schoffel. Äh, habe ich hier immer noch Sticks? Ja, Sticks habe ich. Und Diamanten werden nicht schlecht. Hat jemand meine Diamanten geklaut? Wie könnt ihr es wagen? Dann nehme ich den hier. Dann muss ich erstmal neue Diamanten farmen. Ich hatte doch voll viele Diamanten, oder nicht? Ich glaube, ich wurde beklaut. Oder ich sehe sie einfach nicht, weil ich einfach zu viel habe. So eine Suchfunktion in den Truhen wäre ganz praktisch. Ich wette, die sind hier irgendwo. Und ihr schreibt gerade in die Kommentare, da sind sie doch. Oh, guck mal. Ich brauche mein Eisen gar nicht. Na gut. Gehen wir und gucken ins Wasser, würde ich sagen. Ich nehme heute auch zum ersten Mal in einer anderen Auflösung auf. 1440p müsste das sein. Keine Ahnung. Irgendwie so in der Art. Mal gucken, wie lang das Rendern dauert. Mal gucken, wie die Qualität wird. Ich bin ganz gespannt, oder wie groß die Filmdatei wird. Kann sein, dass heute alles ein bisschen später kommt. Aufgrund dessen. Ist das so? Ich kann mehr sehen als ihr. Das ist so toll. Endlich kann der Let's Player mehr sehen als die Zuschauer. Ich freue mich. Wie so ein kleines Kind. Für mich ist Weihnachten. So, Wasser war ja da hinten in der Ecke irgendwo, ne? Wie mache ich das jetzt am besten kaputt? Mann! Bring mich zum Wasser. So, wundert euch nicht, wenn ich die ganze Zeit so gucke, weil mein Bildschirm ist halt nun mal breit und ich muss leider in allen Ecken und Kanten gucken. Guck mal, dieser Berg da zum Beispiel, der gehört nicht mehr zur Winterwelt. Ist das nicht cool? Ihr seht hier genau die Linie, die ich gezogen habe mit dem Frostbiom. So, wenn wir jetzt hier runter gehen. Es ist gefährlich, ich könnte sterben. YOLO. Ich brauche Ton. Oh, oh, ich werde das Loch nie wiederfinden, ne? Scheiße, wie komme ich jetzt an Ton? Ohne zu sterben. Es müsste eigentlich ein Fluss, ein Flüssen sein, ne? Gucken wir mal auf die Web. Wo ist ein Fluss? Wir haben da hinten einen Eissee. Wir haben keine Flüsse hier. Da ist der nächste Fluss. Aber wir müssen zurück. Wir müssen zurück in die alte Welt. Und da ein bisschen Ton organisieren. Und ich habe noch ein bisschen am Tunnel gebaut. Es dauert wirklich lange, weil ich auch die Ressourcen noch farmen muss. Aber es sieht an sich schon ganz geil aus. Also muss ich euch noch zeigen, was Lothar Lincoln gemacht hat. Ich war gestern kurz drin, um den Monitor zu testen. Und habe es gesehen, Lothar Lincoln. Du hast mich also nicht in der Aufnahme überraschen können. Ha! So. Ich hoffe, da ist alles flüssig, ja, ne? Keine Probleme, wunderschön. So. Was haben wir denn hier? Ich habe es noch nicht durchgelesen. Extra Minecarts in dieser Kiste. Einfach einsteigen, fährt automatisch los und erneuert das Minecraft. Und erneuert. Das Minecraft kannst auch wieder abbauen, falls es dir hier nicht passt oder nicht gefällt. PS. Werde das Redstone noch besser verstecken. Wenn du die Station behalten willst. Ja, wieso nicht? Wird automatisch los. Hä? Nein, nein. Das lief nicht nach Plan. So, hier ist alles doch gar nicht vorbereitet oder nicht fertig gemacht worden. Hier muss noch einiges gemacht werden. Ich habe wirklich einen ganzen Tag hier dran verschwendet. Es ist nur der erste Teil, ne? Aber wie ihr seht, es funktioniert. Ist das cool. Vielleicht ein bisschen eintönig. Aber hier haben wir ein bisschen Glas. Wir können hier ein bisschen gucken. Auch wenn es nicht viel zu gucken gibt. Hey, guck mal, das ist mein Minecart. Ich habe es eingeholt. Kleines Minispiel. Sammle die Minecarts ein. Habe ich sie jetzt? Nö, die liegen wahrscheinlich irgendwo auf dem Weg, ne? Ja, shit. Na gut. Wir fahren ja eh nochmal zurück. Dann kriegen wir die bestimmt. Weil sie bis dahin nicht despawned sind. Es ist auf jeden Fall ein sehr langer Weg. Und das hier oben hat sehr, sehr viele Ressourcen gekostet. Ich habe da echt Stunden im Nether verbracht, um diese Glowstones hier aufzutreiben. Das war echt nicht schick. Wobei, ich glaube, neun Stück oder so waren ein Redstone-Block. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt nicht so viel verschwendet, wie man denken mag. Aber es war schon recht viel. Muss ich sagen. Es war recht viel. Oh, nein! Gut, das hätte niemand ahnen können. So, hier ist alles wieder schwarz. Ich habe quasi von beiden Seiten angefangen. Weil ich habe zuerst auf der einen Seite gefarmt und dann auf der anderen. Und ich hatte keinen Bock extra einmal rüber zu laufen. So in etwa könnt ihr euch das vorstellen. Außer dass der Boden noch weiß gehört. Es ist natürlich dann ein bisschen langweilig, aber es soll ja auch was Beruhigendes sein. Nachdem man mit Deadline oder so gespielt hat, dann muss man sich erst mal beruhigen. Und hier, äh... Achso, das hat jemand schon erneuert. Geil. Irgend hat das gefixt. Ich hatte hier zu wenig von diesen Platten aufgestellt. Huch! Ach, und er verschwindet automatisch. Nice. Hast du gut gemacht. Was soll das denn? So ist hier alles geschmolzen? Naja. Ist ja auch egal. Ist die alte Welt. Hat uns nicht zu jucken. Und wir wollten schlafen gehen. Wenn ich so in die Richtung gucke, wollen wir schlafen. So, gehen wir mal wieder zu Hause schlafen. Wenn ich sterbe, ist es natürlich ein bisschen blöd. Können wir euch denn hier aufwachen? Oh. Oh. Das ist warum günstig? Gut, äh... Ich glaube, mein Eisen ist nicht mehr hier, ne? Habe ich noch Eisen hier? Oh, ich habe noch Eisenerz hier. So, ich brauche... Eins, zwei, ne? Zwei. Achso! Hä? Ach, ich glaube... Ach, das muss man ja schmelzen. Aber ich... Ach, ich habe einen Ofen. Ich habe einen Ofen. Fail. So. Eisen. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch Bits drin. Nice. Okay, ähm... Wir brauchen doch Stöcker oder so, ne? Ach, wir haben... Ach, wir haben Wolle. Bin ich behindert oder so? Ist echt nicht mehr normal hier mit mir. Haben einen neuen Bildschirm, schon kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Ich brauche Holz. Da sind Bäume. Das können wir zusammen verbinden. Ich wollte mir jetzt extra nämlich, ähm... Ein... Na? Eine Schere basteln. Ich glaube, ich scharfe scheren kann, aber das ist jetzt nicht nötig. Übrigens kann ich auch die Schafe mit der Lore rübertransportieren, ne? Das ginge bestimmt. So. So. Zeit zu bauen. Ihr dürft ja nicht rüberspringen können. Ja. Okay. Wir brauchen ein Crafting Table. Wups. Wups. Und jetzt können wir schlafen gehen. Haben wir sogar noch ein dunkles Bett hier. Aber hatte ich hier nicht eigentlich zwei Betten drinne? Ja. Ich hatte hier zwei Betten drinne. Der hat einfach beide Betten rausgenommen. Er hat mir ja in der ersten oder zweiten Folge Betten gebracht. Und hat sich einfach gedacht, oh cool, zwei Betten. Eins für mich, eins für sie. Ja, ja, ja. Ist klar. So. Dann wollen wir mal. Stimmt, den Chat könnt ihr jetzt auch nicht mehr sehen. Ist eigentlich... Eigentlich ist das ganz geil. Quasi, dass alles, was so stört, und was eigentlich nur für mich sein sollte, ist jetzt weg. Finde ich gut. So. Könnte ich vielleicht hier Lehm bekommen? Ach, jetzt friert das wieder ein. Was ist denn passiert? Wo ist das geschmolzen und jetzt plötzlich nicht mehr? Na gut, gehen wir zum Floss. Da wird sich ja wohl ein bisschen Lehm auftreiben können. Ja, guck mal. Da hinten steht ein Crafting Table. Wer hat sich denn da auf diese Insel verirrt? Baut hier etwa jemand heimlich Sachen? Was haben wir denn hier in der Truhe? Eier, eine Tür, Spinnenauge, Schnee, Lehm? Nein. Das erste Mal, dass wir etwas anders als Schnee sehen. Oh, das könnte nach Lehm aussehen. Nee, aber ich habe gehört, es versteckt sich unter dem Kies. Oder gehört, gelesen, besser gesagt. Gerade eben. Bist du Sand? Es ist Sand. Kann doch nicht so schwer sein, Leben zu finden, oder? Oh. Wir haben es. Hier hoch mit dir. Was? Oh. Oh. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben insgesamt sieben Ton. Wir brauchen für schwarze, nee. Für schwarze Keramik. Eins, zwei, drei. Achso, Keramik. Achso. Aus einem wird einer. Wir bekommen acht. Okay, cool. Das heißt, wir brauchen noch einmal Ton. Dann haben wir es. Wir haben auch immer die Insel gehört. Danke für den Ton. So, wir sind zu Hause zurückgekehrt. Ich brauche Kohle. Das kann wieder rein. Und ich brauche Stein. Bruchstein vier. Damit komme ich nicht weit. Geben wir mehr Bruchsteine. Ich werde hier wohl irgendwo Bruchsteine haben. So, dann schmelzen wir das Ganze ein. Und so lange holen wir uns mehrere Tintenfässer, würde ich sagen. Oder eins. Eins reicht eigentlich, ne? Ja, eins reicht. Da war irgendjemand dort unter der Erde. Hat sich hochgebuddelt. So, ich brauche Tintenfische. Ist er schon tot? Okay, ich habe es. Ich muss raus. Roh, was? Roh hat Tinten... Ich brauche einen Tintenfisch. Das ist wahrscheinlich die Mod. Oh, wie cool. So, zurück im Lande. Wir haben... ...zwei Tintenfische. Die können wir eigentlich direkt mal hier reinhauen. Aber es funktioniert. Tatsache. So, dann... Zack. Zack. Und jetzt bauen wir einen Tisch. Mit schwarzer Keramik. Hat sich gelohnt, der Aufwand. Definitiv. Ich hätte auch was anderes Schwarzes nehmen können. Aber nein. Zero konnte nicht anders. Und das ist unsere schwarze Keramik. Daraus wird unser Tisch gebaut. Und ich würde sagen... Legen wir einfach mal los. Aber erst mal esse ich was. Da fällt mir ein, ich habe den Boden vergessen. Oh mein Gott, ich wollte doch den Boden noch machen. Oh, zum Glück merke ich das jetzt und nicht, wenn der Tisch fertig ist. Sonst hätte ich den Tisch abbauen müssen. Junge. Zero. Puh. Das war close. So, dann wollen wir mal schnell den Boden machen. Und zwar läuft das dermaßen ab, dass wir Linien ziehen. Wir ziehen Linien. Und zwar, wenn einer 16 mal 16 ist, ne? Ein Block. Da müssten wir rein theoretisch alle 8 machen. Ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Oh. So. Und hier beginnt es. Und jetzt wird es lustig. So. Das ist fast die Mitte. Fast. Also rein theoretisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, perfekt. Wir können das nicht kopieren. So. Puh. Damit haben wir das. Und jetzt kommt der Clou. Noch sieht das aus wie so eine Rennpiste. Aber wir setzen zwei Blöcke. So. Und genau am zweiten Block kommt noch mal so ein Strich hin. So. Und das kommt alle drei. Das heißt, alle vier meine ich. Alle vier. Eins, zwei, drei. Ja. Alle vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt hier noch einer hin. Und so ziehen wir das jetzt die ganze Zeit durch. So. Jetzt haben wir den ersten Abschnitt. Da wir drei dazwischen haben, müssen wir das Ganze durch drei teilen. Das heißt, wir haben zwei Blöcke, die 16 Blöcke, 16 Mini-Blöcke groß sind. Und das heißt, wir haben insgesamt 32. Und wenn wir das Ganze jetzt teilen, und zwar Alexa, wie viel sind 32 durch drei? 32 geteilt durch drei ist 10,6667. Okay. Alles klar. Das heißt, wir machen alle zehn Blöcke. So, das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, und zwar hier. Dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, sieben, acht, neun, zehn. Okay, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen durch vier teilen. Weil wir brauchen drei Striche. Aber die Abstände sind vier Stück. Alexa. Okay, das ist eigentlich nicht nötig. Wie viel ist 32 durch vier? 32 geteilt durch vier ist acht. Oh, wer hätte es gedacht? Das habe ich natürlich nur gemacht, weil es nicht so schön reimt. Das heißt, es sind wieder acht. Oh mein Gott. Oh, Illuminati. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Habe ich die sechste ausgelassen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ne, okay. Das ist alles in Ordnung. Ich habe keine Ahnung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt müsste er jetzt eigentlich hinhauen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, haut hin. So. Jetzt ist nur die Frage, machen wir das so oder machen wir das anders? Wie sieht es hier denn aus? Ne. Hier ist es genauso aufgebaut, okay. So müssen wir das machen. Alles klar, ich lege los. So. Damit wäre der Boden fertig. Das ist mein Boden. Ist natürlich nicht original, weil die Striche sollten eigentlich noch ein bisschen schmaler sein, aber schmaler geht nun mal nicht. Und jetzt können wir endlich weitermachen. Wer läuft da eigentlich draußen rum? Ein Skelett. Das hier machen wir übrigens morgen im Livestream. Dann werden wir den Hof ein bisschen verschönern. Aber jetzt erstmal muss ich schlafen gehen. Ich möchte auf jeden Fall jetzt noch den Tisch fertig machen. Aber ich glaube, mir reicht die Zeit nicht. Und morgen kommt dann der Rest. Alles andere. Oder übermorgen, besser gesagt. So. Merch, gerade habe ich überhaupt Ton? Ich glaube schon, ne? Ich habe Ton. Das war nur so still. Meine Audioanzeige. Der ist aber schnell grün geworden. Äh, war nix. Okay, der Tisch. Wo haben wir stehen geblieben? Genau. Ich habe mich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020